Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. So, ja, wir, äh, ich, wir, ja, schauen wir da, ob wir bald mal eine Insel finden werden, äh, wo wir glücklicherweise mal Schmutz finden, aber ich fürchte, das ist eine endlose Geschichte. Jo, das Mikro ein bisschen so. So, ja, das, äh, ist doch härter als gedacht, sowas zu finden. So, okay, haben wir noch, äh, Erzchen? Meine Herzchen, wir haben kein Erzchen, dann nehmen wir halt den Kupfer, ist mir auch wurscht. So, zack, zack, passt. Wir, ich muss mal kurz das Floß reparieren, ich brauch da kurz, äh, Bauwerk, Baumaterial, so. So, dann, 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 da, da, da drüben auch noch. Alter Schwede, ich brauch Metall zum Mäuse melken. Jo. Ich weiß zwar nicht, wie man Mäuse melkt, aber es ist schon irgendwie scheinbar möglich. Gut, äh, das zu dem. Äh, dann, müssen wir, müsste ich mal schauen, wie weit der Haifisch ist. Ja, was ist mit du? Meine armen Pflanzen, ey. Wo ist denn meine, mein Speer? Tja. Tja. Mein armes Ding. Viel bleibt mir da nicht mehr übrig. So. Pflanzen wir noch an, was wir haben. So, da haben wir noch die Blümchen. Da wäre auch nicht schlecht, noch eine zweite Kiste hinzubauen, wo wir die Kartoffeln drinnen haben, die wir anbauen wollen, ne? Das wäre ein Reden. Also, jetzt muss ich mal die hier neu machen, glaube ich. Die ist nämlich da schön im Arsch. So. Vogelscheuche. Zack. Bauen wir uns eine neue. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Da. Wir brauchen ein Ballenblatt, wer hätte das gedacht? Falsche Truhe. Ähm, das müsste die sein. So, ja. Ein Stück, glaube ich, ne? Jawohl. So. Und die stellen wir wieder hier hin. So. Und zack. Gut. Äh, ja. Das Floß ist so einigermaßen repariert. Durstig sind wir auch. Dann trinken wir gleich mal einen Schluck. So. Ich liebe es, dass wir zwei Flaschen haben. Ich liebe es einfach. Das ist so, äh, so praktisch. So. Äh, auf der Insel waren wir schon, also da drauf. Da haben wir, glaube ich, alles, was geht, schon mitgenommen. Wieder einmal gibt es hier keinen Schmutz, soweit ich das mitbekommen habe. Aber dann habe ich die Blumen noch nicht gepflückt. Achso, ich wollte die überlassen, ne, glaube ich. Habe ich letztes Mal gemeint. Ist ja wurscht. Nehmen wir es mit. Also es ist halt echt schade. Uha. Ich war überhaupt noch nicht da. Jetzt merke ich das erst. Oh. Oh. Hoppala. Ich war ja noch überhaupt nicht da. Hm, hm. Ja. Das erklärt so einiges. Hupsi. Okay, dann habe ich vielleicht doch noch Glück, dass hier Dreck ist. Und ich war auf dieser Seite noch nicht. Das könnte auch sein. Ich habe es vergessen, tatsächlich. Ich dachte, wir wären noch bei der... Ich dachte, wir wären bei der vorigen Insel. Ich glaube, ich habe nur hier ein bisschen rumgestöbert, ne. Da ganz um war ich noch nicht. Das ist gut. Das ist ausnahmsweise sogar mal sehr gut. Halt. Ähm. So. Schnell rauf. Ich bring mal schnell das Zeug weg. Also unser Chubby. Unser Essen. Ähm. Ja, der Haifisch, ne. So, die Melone. Was war hier drin? Ah, hier waren die Früchte. Gut, dann kommt die Melone hier hin. Ich tue es schon mal... Ich versuche es einmal richtig zu sortieren. Schön langsam. Was bist du eigentlich? So eine Taschenlampe. Ich glaube, das war eine Taschenlampe, oder? Stirnlampe, ja genau. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, viel Platz machen. Sämlinge kommen runter. Tap, 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 tap. So, die kommen hier rein. So, die weiße. Und die da. Und das da. Und dann der Rest sind nur Blümchen. Okay. Gut. Die Rüben sind fast fertig. Wo hat denn der Haifisch wieder genascht hier? Ich sehe es gerade nicht. Aber irgendwo hat der Schlingel genascht. Nicht gut. So. Vielleicht habe ich ja nicht mal Glück. Und es gibt hier mal Schmutz und Dreck. Ich würde mich so freuen. Ich bin wahrscheinlich die einzige Frau, die sich darüber freut, wenn es Dreck und Schmutz gibt. Hier oben wird es wahrscheinlich nichts geben. Außer eine Aussicht wahrscheinlich. Ja, wie befürchtet. Da unten geht es nur runter ins Meer. Wieder eine Insel ohne Schmutz. So langsam habe ich das Gefühl, die machen das absichtlich. Vielleicht sollte ich mal eine andere Route einschlagen. Wegtechnisch jetzt. Aber ich muss echt die Schaufel nehmen. Dass sie da auch was verändert haben. Dass es nicht mehr diese Schmutzhäufchen gibt. Sondern dass ich das einfach so verwenden kann. Glaube ich aber auch nicht. Glaube ich nicht. Da wird sicher noch den Haufen geben. Den Haufen Dreck. Den wir ganz am Anfang gesehen haben. Und seitdem nie wieder. Nee, da ist gar nichts. Ja, schmeiß runter. Tschüss. Gut, dann würde ich sagen, wir kümmern uns um den Hai. Und gehen dann nochmal tauchen. Und bereisen dann schleunigst die nächste Insel. In der Hoffnung, dass wir dann dort vielleicht etwas Schmutz finden. So, da, da. So, hier waren die Blümchen drin. Genau, wegen Farbe und so. Ein bisschen ein System habe ich ja sogar schon. Sowas in der Art. So, rote Blümchen. So, passt. Schau, was fehlt denn da. Da hat ja jemand genascht. So, Metall kommt da hin. Ja, was ich mit dem Zeug machen soll. Ich glaube, das schmeiße ich mal weg. Kann ich denn... Das bringt ja nichts, oder? Den kann ich schon entsorgen. Oder? Einfach so? Hat keiner was gesehen, oder? Ich habe nur der Natur ihren Dings zurückgegeben. Was ist mit dir? Da. So, so, so. Die Sämlinge sind jetzt drinnen. Passt. Schrott, Schüsseln und so weiter. Passt. Gut. Ich habe mich halt gefragt, was hier brennt. Lol. So, ich ernte mal. So. So. Unsere letzten Kartoffeln noch schützen. Schade, dass es keine neuen Pflanzen gibt, ne? Eigentlich. Irgendwie. Irgendwie ist das schade. So. Wie viel Wasser hast du noch? Schaut ganz schlecht aus, he? So. Besser. Die Batterie ist noch in Ordnung. Ich glaube. Schau. Wen haben wir denn da? Ja, guten Tag. Ich komme gleich ins Wasser. Ich werde dich gleich ein bisschen streicheln. Ja. Mit unserem Speer. Ich würde sagen. Ich probiere gleich mal mein Glück. Wo ist er denn? Da. Ich hoffe, ich kann das noch. Schon eine Zeit her, dass ich gezockt habe. Jetzt. Jawohl. Jawohl. Nochmal getroffen. Ein drittes Mal ist ich nicht ausgegangen. Kurz Luft holen. Durchstieg sind wir auch schon wieder. Da kommt er. Zack. Schau. Diesmal hat es nicht hingehauen, weil ich aufgetaucht bin durch den Wellengang. Das wäre nicht... Oder doch? Nein, wir haben nichts verloren. Wow. Au. Ich sollte ihm ja auch nicht unbedingt nachschwimmen, ne? So, warte. Jetzt kommt er gleich und... Bäm. Zack. Ui, da sehe ich Schrott. Komm nur, du Kerl. Wir warten schon auf dich. Und... Bäm. Jawohl. Jawohl. Her mit deinem Zeug. Ich muss kurz auftauchen. Danke. Boah. Ist jetzt schon komplett? Haben wir ihn komplett? Ich glaube. Gut. Einmal noch Luft holen. Dann können wir schon die Hake nehmen. Weil ich sehe schon hier tolles Erzielein. So. So, so. Boah. Jetzt kommt der Sturm. Hier müssen wir schnell sein. Hier gibt es echt viele Ressourcen. Ich nehme gleich alles mit Sand und so weiter, ne? Da drüben gibt es Erzelis. Boah, das ist toll. Erze brauchen wir eh so viel. Ich habe irgendwie das Gefühl... Ja, ich habe keine Sauerstoffflasche mehr, gell? Boah. Okay, die Stirnlampe könnte ich jetzt echt brauchen dann bald. Ich glaube, die werde ich mir gleich... Ich hole nochmal schnell Luft. Jo. Ich glaube, die werde ich gleich... So. Ja, das ist gut für euch auch, ne? Jetzt sehen wir da recht gut. Schön. So. Looki, look, look. Durstig sind wir auch. Ich habe nichts zum Saufen mitgenommen, weil ich schlau bin. Das ist nicht gut. Boah. Jetzt haben wir einen Wellengang. Gute Nacht. Wow. Ich will auf mein Floß, bitte. Danke. Boah. Ja, ja. Ich gehe schon. Ich gehe schon. Du musst jetzt nicht da zum Jammern anfangen. So, trink. Runter damit. So. Sauf dir nieder. Und gleich. Reiniger wieder befüllen. Zack. Und geht schon weiter. Wir haben noch Zeit, bis der Hai kommt. Hoi, der K. Und das möchte ich gerne ausnutzen. Vor allem, weil hier noch schöner Schrott ist. Den brauche ich eh so dringend. Den Ton nehmen wir auch mit. Sicher, sicher. Auch den Sand. Und so. Und so. Luft holen wieder. Hoch. Platz habe ich noch ein bisschen. Den haue ich wieder weg. So. Passt. Und gehen wir Vollgas. Schrott. So. So. Ton. Schrott. Alles her damit. Noch mehr Schrott. Gibt es hier auch irgendwo Erz? Noch nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Hai wird gleich wieder kommen. Das dauert wahrscheinlich nicht lang. Hier haben wir Erz. Also Kupfer. So. Kurz Luft holen. So. Tauchen. Und gehen wir Vollgas. Zack. Zack. Sind wir voll? Na, ich habe noch Platz. Sehr gut. Aha. Mein Dingens ist kaputt. Na toll. Ah ja. Ja, ja. Alter, du Mistviech. Du dreckiges. Ich habe mir noch gedacht, der wird gleich kommen. Ist schon soweit. So. Okay. Ähm. Ähm. Ich habe noch Platz. Das ist sehr gut. So. Ich mache gleich mal mit den Erzen hier. Also mit dem Metall weiter. Zack. Und zack. Planken. Zack. Zack. Dann mal rauf. Schnell zum Essen. Na, 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 na. So. Dann würde ich sagen, kann man das auf den Grill schmeißen. Und hier unsere Schüssel. So. Dann würde ich sagen, das essen wir gleich. Nom, 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 nom. Und auch die Fischis essen wir weg. Dann sind wir auch gleich wieder satt. So. Perfekt. Die Stirnlampe ziehe ich mal aus derweil. Die brauche ich nicht. So. Das machen wir hier rein. Das schaut schon aus, als wenn es abbrennen wird. Ähm. Stimmt. Mir fehlen Zutaten. Und zwar. Ich mache nur ganz... Ich wollte das eigentlich hier rein tun. So. Ähm. Zack. Und zack. Zwei hiervon. Und eine tue ich hier rein. So. Das passt. So. Also. Zwei Rüben. Und zwei Kartoffeln. Und Mahlzeit. So. Viech. Und glaube ich. Was wollte ich jetzt machen? Warten bis es hell wird. Und eigentlich könnte ich schon wieder runter gehen zur Smelze. Weil. die nächste Partie reinschmeißen. Und wieder anfangen das Floß weiter auszubauen. Eigentlich irgendwie irgendwo. Achso. Ich muss ja noch einen Haken basteln. Warte. Warte. Nicht so voreilig Zocki. Ich muss ja noch einen Haken basteln. Äh. Ja doch. Haken und Speer. Beides. Weil der Speer ist auch gleich hin. Beides wäre schön. Ja. Ein Bolzen brauche ich. Ja. Und Blanken. Hab ich hier Blanken? Irgendwie. Irgendwo. Blanken. Der nix. 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 Blanke. Gar nix. Blanke. Da unten war jetzt auch keine. Hier. Boah. Bin ich arm. Nix gut. Das ist nix gut. Da haben wir eine. Reicht das schon? Nein. Zwei noch. Hat uns der Sturm zufällig eine Blanke reingeschwemmt? Da hier irgendwo ins Netz? Nein. Gell? Dann werden wir ein bisschen ein Bäumchen schlachten. Also das mit dem Anker ist ein bisschen komisch. Okay. Wenn du denkst, der Wellengang so stark gewesen. Mein Speer. Haha. Du Vogel. So. Das schmeiße ich mal raus. Ernten möchte ich nicht. Ich möchte gern... Ähm. Hallo? Nehmen wir halt mal die Feder. Die Schenkeln hätte ich gern. Das haue ich denn weg. Ne. Das da. Ähm. Ach Gott, das haut nicht so hin. Hallo? Habe ich jetzt das aufgehoben? Ein Schenkel nur. Nur einer? Echt? Da ist noch einer. Rübe, Balmblatt, Ernten. Das haut eh nicht hin. Balmblatt, Kunststoff. Hat er noch was rohes? Nein. Nur Rübe, ne? Rohe Rübe heißt es jetzt mittlerweile. Okay, nicht mehr Rübe, sondern rohe Rübe. Hm. Ja. Das macht den Unterschied. So, ich wollte... Ich brauche Planken. Das heißt, ich muss meine Axt auspacken. Und da vorne ist der Hai. Den machen wir zuerst. Lass mein Ding in Ruhe. Mistviech. So, ich bräuchte bitte Planken. Danke. Das reicht schon mal. Für einen neuen Haken. So. Ach du liebe Zeit. Ähm. Die Federn... Die Federn tue ich mal weg. Fall... Na, doch. Hat schon gepasst. Da kurz rein damit. Das kommt hier rein. Äh. Sand von mir aus noch hier voll machen. Fress euch eh keinen Platz. Hab dich. So. Viech. Na? Hab dich. So, Federn. Tue mal nochmal hier rein. Das werde ich gleich mal ansetzen wieder. So anbauen. Zack, zack, zack. Zack, zack. Da drüben auch noch, zack. Jetzt glaube ich, die Batterie ist leer. Naja. Was soll's. Hm. So. Jetzt haben wir den neu. Jetzt brauche ich noch einen Speer. Einen neuen. Gleich im Voraus bauen. Wäre das taktisch schlau. Der war jetzt da hier. Bei den Waffen. Ist das neu, dass es getrennt ist? Früher war das alles zusammen, oder? Egal. Waffe, ein Speerli. Ich brauche noch einen Bolzen und blanken einen Haufen. Gut, dann machen wir die Palme hier noch platt. Bam. Hier, das trifft sich gut. Und hier nochmal. Bäm. Kabooms. Gib mir dein Holz. So, Palmsamen war dabei. Das passt sehr gut auch. Und zack. Einmal bewässern. So, zack. Nachfüllen. So. Auch hier einmal bewässern. Und für uns auch. Wir bewässern uns auch gleich mit. Auch hier. So. Ähm. Hoppala. So, jetzt passt er. So. So, schon besser. Zack und zack. Hier auch. Und da hinten noch. So. Passt. Äh. Ein Schluck ist für uns übrig. Das passt genau. So. Äh. Bauen. Einen Bolzen. Da hilft nichts. Ich. Ich habe eh keinen mehr, wollte ich gerade sagen. Bolzen. Und Metallspeer. Passt. So. Den Klipper haue ich mal hier rein. Ich habe eine Flasche. Aber der Klipper hat gefehlt. Genau so war das. Mhm. 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 Äh. Bici. Da würde ich sagen, tun wir den Sand noch hier rein von mir raus. Die Barren. Und das Kupferirze. Kommt auch rein. Und dann können wir das noch schmelzen. Und dann irgendwann mal habe ich sowas ähnliches wie ein System. Ja. So, den haben wir noch rein ganz fix. Zack. Die Planken kriegst du noch dazu. So ist gut. Das Essen gehen wir noch rauf. Und dann müssen wir schauen, dass wir den Haifisch wieder umbringen. Zack. Die Keulen können wir eigentlich gleich auf den Grill schmeißen. den Rest der Keulen, den Rest der Keulen, die restliche Keule, es sind nur eine, hauen wir da rein, die Schüssel. So, machen wir das so, so, so ist gut, glaube ich. Gut. So, zack, 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 zack. Essen haben wir mit. Das können wir stacken. Jo. Schaut, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Gut. Dann werden wir den Haifisch weiter kitzeln. So. Weil da unten gibt es noch haufenweise Zeugs für uns. Also gehen wir mal ins kühle Nass. Da drüben ist er. Wieder gleich her schwimmen, der Sakri. Und dann machen wir ihn platt wieder. Schön langsam. So. Da kommt er. Da schwimmt er. Hallo. Hier bin ich. Und dann muss ich schauen, dass ich es seht, dann noch irgendwie auftreibe. Okay, okay, er ist gerade weg. Ich muss mal kurz aus dem Wasser raus. Nicht, dass der sich von hinten anpirscht. Da. Die Kimschu. So. Au. Okay, dann habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ja, au. Mein Gott. Stell die nicht so an. Hä? Wie geht das? Okay, das ist keine gute Position. Hä? Wieso darfst du durch die Insel durchschwimmen? Das ist gemein. Da kann ich ja gar nicht kämpfen gegen den Trottel. Aua. Aber so anknappern hätte er mich jetzt auch nicht müssen. Du, ja. Ich sehe dich. Komm her. Zack. Ah, der hat mich jetzt echt erwischt. Die war jetzt schon langsam. Oh Gott. Raus da. Da stehe ich noch. Jetzt war ich zu langsam. Na gut. Das war nicht schlau. Mann, ey. Muss ich jetzt wirklich wieder fischen? Kein Poker fischen. Mist. Scheibe. Das wollte ihn nicht. Zack, zack, zack. Wir machen ihn wieder voll. Und das machen wir auch so. Und das machen wir auch so. Zack. Das war jetzt echt eine blöde Geschichte. Absicht. Das war jetzt... Das war überhaupt keine Absicht. Und wo ist jetzt der Kerl? Jetzt ist er weg. Komm her, du. Die Möben gehen so einfach zum Besiegen. Aber dass sie mir ein Eier legen, das ist mir echt ein Rätsel. Ja, ist schon klar. Ich darf sie nicht töten. Dann wäre die Chance höher, dass sie Eier legen. Aber, ja. Es waren auch zwei Möben schon da. Keine Ahnung. Soll nicht sein. Weil ein Ei wäre echt cool zu haben, weil... Da gibt es, glaube ich, auch noch ein Rezept, was ich damit lernen muss, ne? So, wo ist jetzt das Haifischviech? Ich will ins Wasser. Kuckuck. Das hilft nichts. Ich muss den Deppen... Wow. Alter, schwere. Puh. Jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Alter. Ich dachte mir noch, da kommt der sicher gleich irgendwo. Schau. Der Wellengang nervt. Au. Das ist echt nicht fair. Das dauert mir jetzt gerade aber nicht wirklich. So. Das gefällt mir gerade gar nicht. Zeit auch noch verdrödeln? Naja, es ist wurscht. Okay, ich habe keine Blanken mehr. Ich bin arm, ich habe nichts mehr. Ich bin so arm. Ich habe gar nichts mehr. Ich habe nichts, nichts, gar nichts mehr. Weil ich arm bin. Oh yeah. So, raus da. So, Krüppel. Hallo? Mist, hey, wo bist du? Ich sehe ihn gerade nicht. Der Bart ist eh bald zu Ende. Bin am überlegen, ob ich ihn dann schnell plätte. Und den Bart dann starte. Da ist er. Wenn er besiegt ist. Oder sie. Keine Ahnung. Ob männlich oder weiblich. Wahrscheinlich wird es weiblich sein. So aggressiv, wie die blöde Kuh da ist. Hallo Mistviech. Ja, hallo Mistviech. Ja, komm zu Mama. Zack. Aufs Gosch. Oh, mein Speer ist hinten. Mein. Halt. Ich will da raus. So. Neuer Speer. So. Gut, dass wir gebastelt haben. Boah. So. Wo sind jetzt die Schnäpfe? Ah. Verdammt. Ich hab's nicht gehört. Blöder Hai. Echt. Da unten schwimmt sie. Da ist sie. Zack. Zack. Zweimal getroffen. Kurz Luft holen. Und der Part ist, glaube ich, eh zu Ende. Einmal möchte ich sie gerne noch pieksen. Oder ihn. Naja, ich glaube, ich werde ihn erlegen. Und im nächsten Part werden wir hier weiter plündern. Das ist, glaube ich, vernünftig so. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Und je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.